Und willkommen zurück zu Elenring. Wir machen jetzt hier im Riss, im Steinsarg weiter, so heißt zumindest das Gebiet. Ich bin sehr gespannt, wie es hier noch weiter geht und wie groß das Gebiet wohl noch so ist. Was war das? Achso, das war die Dinger. Okay, wir buffen uns mal. Hier sind einige von den Grabvögeln. Die passen ja auch ganz gut hier hin. Hier sind ja überall Gräber. Haben die da irgendwas Lilanes? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ist das ein Stachel oder ist das eine Feder? Aber sowas Lilanes, was halt sofort wieder zu St. Trina passt. Obwohl, man sieht das auch so ein bisschen an den Flügeln. Da ist auch so ein Lilaschimmer. Wieso haben die irgendwie so lila Federn vielleicht? Aber das hinten sieht ja schon fast so ein bisschen aus wie ein Stachel. Der sieht irgendwie krasse aus, oder? Bisschen wie so ein Todesrietenvogel zum Todesvogel. Versucht er wieder irgendwie die Parallelen aufzubauen. Aber der schimmert ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier alle sind. Er ja auch. Die haben alle so interessante Flügel. Das hatten die auf jeden Fall draußen nicht. Aber wo hat denn dieser... Diesen Stachel? Wo habe ich den denn gesehen? Ich dachte, das wäre ein Schwanz da drin. Aber nee. Irgendwie nicht. So und ihr... Oh, die können jetzt schießen. Okay. Lasern. Musst ja irgendwann nochmal aggressiv werden. Interessante Moves. Gott sei Dank macht er nicht allzu viel Schaden. Also ich konnte mich in Ruhe um die anderen kümmern. Nee. Jetzt aber. Als würden die von From Software gedacht haben, lass uns die Dinger mal im Vanilla Game einbauen und die komplett harmlos machen. Also bis auf die Kugeln, die da hinten auch sind. Und im DLC machen wir die dann so, dass sie angreifen. Ich meine, dann hätten die einen noch härter verarschen können. Aber... Ist jetzt auch nicht passiert. Boah. Ehrlich? So immer nochmal gucken, ob hier Items sind. Explodiert noch was. Hier wäre schon ein Schild ganz... ganz toll. Aber ich könnte hier reintöreisch was so blocken. Mach ich irgendwie kaum. So. Du bist da oben noch. Okay. Dann können wir dich vielleicht... mit den Dingern killen. Oh. Ich greife noch irgendwas anderes an. Alter. Was der Moves der drauf hat. Kernkampf wäre schon toll. Nice. Wurde komplett verarscht. Oh, das Ding lebt noch. Okay. Okay. Ich gehe da einfach hoch. Henten geht es aber auch noch hin. Jetzt müssen wir auch nochmal gleich vorbei. So ist er da jetzt hinter. Ach da. Aua. Der lässt sich aber auch nicht außer Ruhe bringen. Also man kann da drauf heimern. Ist egal. Das ist nochmal eine Lilie. Ich glaube, ich gehe doch erstmal da hinten hin. Der schießt bestimmt wieder auf mich. Aber hier sind keine Gräber-Tallilien mehr hier. Also die ganzen Säge, die wir hier glaube ich unten hatten, da liegt keine drauf. Nur die, die oben waren. Keine Ahnung, ob das was zu sagen hat. Stelle hier nur Dinge fest. So, die wollen alle in die Luft gehen. Könnte brutal werden. Oh, habe ich aber gut überlebt. Wie sieht das geil aus. Wie hier die ganzen Kugeln einfach rumrollen. Setzen die sich wieder zusammen? Aber da ist jetzt rein theoretisch noch einer. Aber den lasse ich leben. Der darf jetzt alleine hier weiterleben. Kerl. So. Dann gehen wir jetzt weiter. Hinten sieht das auch aus wie so ein Flügel. Ne, aber ist es jetzt nicht. Ist irgendwas anderes. Aber da ist ein Loch. Aber ich habe da kurz so ein Flügel gesehen. Also das hat halt die gleichen Farben wie die von diesen Grabvögeln. So, der Typ da hinten macht mir ein bisschen Sorgen. Wie weit geht das? Nicht so weit. Okay. Sind irgendwie in die Luft geflogen, habe ich das Gefühl. Kann man da hoch? Und mit Pferd wahrscheinlich. Aber man kann ja mal ganz kurz gucken, ob da was liegt. Da unten liegt aber was. Aber da hätten wir auch noch nicht hingehen können. Da bin ich jetzt erst richtig. Und das Teil hier noch. Nektar, Blutknospe. Warum ist hier eine Blutknospe? Mäuse sind die doch immer nur in der Nähe von diesen Kreuzen gewesen, oder? Dann bin ich schon mal so gefunden. Wenn, dann ist das jetzt das erste Mal. Okay. Schnell sein. Das ist schlecht. Ach, Gott sei Dank. Ich hatte auch jetzt nicht so viel HP. Aber die Rüstung hält gut was ab. Ist aber auch eine echt klobige Rüstung. Ich kann es kaum erwarten, bis wir eine Rüstung finden, die mir richtig gut gefällt. Vom Aussehen her. Die sieht von hinten halt cool aus. Auch von vorne. Bisschen too much. Wiegt so, als wäre die eher was für einen stabileren Menschen gewesen. Okay. So, da müssen wir runter anscheinend. Aber da geht es auch hoch. Ich gehe natürlich erst hoch. Was ist das? Skelette. Oh. Das heißt, eigentlich ist ja Godwin für sowas verantwortlich. Warum sind hier Skelette? Lord-technisch ist das schon interessant. Ich überlege gerade, ob ich auf Heilig gehen soll. Wenn hier Skelette ankommen, werden es bestimmt nicht die einzigen sein. Ich gehe nochmal zurück ans Feuer. Mach mir schön den Heiligkram auf die Waffe. Das haben wir schon mal gemacht und das hat richtig gut funktioniert. Und zwar möchte ich das hier haben mit Heilig. Obwohl, nee, warte mal, nicht mit Heilig. Wir bleiben trotzdem auf, nee, warte mal, auf Wertig sind wir. Ja, ich glaube, Heilig ergibt das nicht so viel Sinn. Ich glaube, Wertig ist besser. Wir machen ja dann Heilig-Schaden, wenn wir das Ding infodieren. Oder soll ich auf Heilig gehen? Ist das jetzt gerade gar nicht so richtig? Oh, wir können auch das hier nehmen. Heiliges Großkatana mit den Flügeln. Das geht auf dem Katana? War das nicht irgendwie nur mit Speeren und so? Aber egal, ich möchte trotzdem lieber das haben. Aber dann, wir bleiben auf Wertig. Ich weiß nicht, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Aber ich glaube, so ist besser. Obst auch die Kriegsasche halt nutzen. Dann sind die auch One-Hit. Okay, wir haben eine Mana-Flasche dabei. Wie das so aussieht. Ja, so reicht auch. Easy. Hauptsache, das Ding ist einmal verzaubert. Was ist das? Warte mal, das ist das, was wir schon mal gesehen haben. Beim letzten Mal. Davon gab es eine ganze Menge. Weißt du, dass das Heilig hier gut ist? Also richtig auch nicht, ne? Habe ich so das Gefühl. Ich muss gleich nochmal nachgucken, was das ist. Ich habe den Text gerade vergessen. Also wie das heißt vor allem. Ist auf jeden Fall irgendwas Unreines, was aus den Särgen kommt. Was weiß ich jetzt noch? Unreiner Schlamm oder so. Weil wer weiß, vielleicht ist das sogar ganz gut gewesen. Das ist eine geronnene Verwesung. So war das. Buntenfarbige Vollnis, die aus Steinsärgen fließt, zu einem großen Klumpen geronnen. Unterirdischen Land zu finden, in das Steinsärge treiben. Die Vollnis ist das, was von den unreinen Leben in Steinsärgen übrig bleibt. Okay. Haben wir auch nochmal wiederbekommen. Und sieben Schmiedelsteine acht. Okay. Ein Taujuwel und ein weiterer Weg. Es geht weiter. Okay. Ja, aber Heiligschaden scheint... Ne. Ist nicht so viel stärker. Seid nicht unbedingt das zu sein. Ich mag die Dinger nicht. Also wenn hier wieder mehrere von denen kommen, dann skippe ich die wieder. Ist das ein löwenartiges Scheusal? Sieht so aus. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das als Geist. Okay. Weiß nicht, ob das jetzt so smart war, die Flasche zu nehmen. Ne. Wärte nicht müssen. Irgendwie dachte ich, vielleicht ist das Stegen stärker. Was? Mehrschichtiger Ring des Lichts. Okay. Eine Anrufung von Mikkela. Anrufungen derer, die Mikkela dienen. Erzeugt einen mehrschichtigen Ring aus goldenem Licht und feuert ihn nach vorne, um den getroffenen kontinuierlich Schaden zuzufügen. Mit Aufladen verstärkte die Wirkung. Diese Lichtring-Anrufung wurde von einer vom Fundamentalismus der goldenen Ordnung getrennten Tradition gepflegt. Okay. Genau. Finde ich jetzt nicht so viel Lore drin. Aber wir hatten ja schon mal so ein... Ähm... Äh... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Habe gerade noch gesagt. Scheusal. Genau. Nochmal so ein löwenartiges Scheusal. Hatten wir ja schon mal im Berggipfel der Riesen. Und der hatte dieses Schwert der goldenen Ordnung auch dabei. Ich frage mich gerade. Bei Mikkela nimmt ja alle auf, die so ein bisschen verstoßen sind. Ob der das ihm gegeben hat sogar. Oder das Ding hieß irgendwie Seefahrer-Schrecken. Also als hätte er das geklaut. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe nicht richtig. Irgendwie als würde es da hinten, also runter der kürzere Weg sein. Und da nur ein Item liegen oder so. Und das hier der richtige Pfad sein. Aber egal. Ist das schon wieder ein Side of Grace? Ja. What the fuck? Okay. Rein theoretisch könnten wir dann ja wirklich mal kurz auf die andere Seite gehen. Gucken. Aber ich glaube, ich schließe das jetzt hier in diese Richtung erst komplett ab. Und dann merken wir uns einfach, dass wir nochmal zurückgehen. Aber ich frage mich, wieso die Side of Grace ist... What the fuck? So oft hier sind. Hä? Wie wild ist das denn? Die leben auch alle. Hä? Bin ich in einem Disney-Film gerade? Bin ich die Prinzessin? Machen auch nichts. Aber schlafen die einfach? Sie haben halt die Augen auf. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass die das animieren. Aber die wirken halt so niedergeschlagen irgendwie. Entweder beten die... Aber guck mal, der da, der schläft doch, oder? Das Ding auch. Er hat sogar die Augen zu. Ich glaube, die schlafen echt alle. Ewiger Schlaf. Die Musik ist auch irgendwie so ein bisschen spannend, muss ich sagen. Also ich bin nämlich auch ein bisschen aufgeregt, was wir hier so finden und erwarten. Ich würde jetzt einfach nochmal ein bisschen die Runen ausgeben. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt ein Boss. Also irgendwie so ein Boss-Gefühl gerade. Total drin. Ich lasse auch mal das Heiligzeug noch drin. Was brauchte ich jetzt? So 20.000 irgendwie? Ein paar zerquetschte. 6.400 noch. Dann mache ich die. Bisschen übertrieben, aber egal. Die 1.000 Runen schere ich mich nicht. Wollte noch mehr auf Stärke gehen. Oh, sogar vier Punkte. Okay. Crazy. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt hier kommt. Also ob hier ein Boss kommt, aber irgendwie wirkt das so Boss-mäßig hier gerade. Aber das sieht nicht nach einer Boss-Arena aus. Irgendwas ist doch hier. Das ist nur ein Stierkopf. Ein riesiger Stierkopf. Oh, bitte. Gewährt mir den Mut. Zu euren Füßen zu fliegen, meine liebste St. Trina. Okay. Wir müssen runterspringen oder was? Da runter. Das ist ziemlich tief. Aber das heißt dann, wir kämpfen gegen St. Trina? Zu euren Füßen zu springen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob heilig das Beste ist. Buff mich einfach mal. Zumindest mit diesen beiden Sachen. Mal gucken mal. Gucken mal, ob wir jetzt in den Boss-Kampf reinfallen. Das ist sau tief. Holy shit, ey. Aber es ist richtig. Oh, das ist sehr lila. Oh mein Gott. Alter, das ist einfach Medius-Höhle. Aber sowas von. Aber das ist das, was wir aus dem Trailer kennen, ne? Ob jetzt der Boomerang-Boy... Ja, genau der. Vollniss-Ritter ist der. Nice. Okay, da ist, glaube ich, heilig gar nicht mal so schlecht. Das Pferd lebt noch. Oh mein Gott. Alter, geht der ab. Okay, dann machen wir vielleicht doch lieber den hier. Jetzt nicht sterben. Dann den hier. Dann den hier. Ja, Boomerang-Boy. Oh mein Gott. Mann, ich komme nicht zum Heilen. Und ich komme nicht zum Schaden machen. Ich habe ein ganz interessantes Pattern hier irgendwie. Jetzt, dass ich nicht so gut lesen kann wie andere. Und das Pferd doch mal von hinten, oder? Da kommt das Pferd. Alter. Ey, ich hasse es. Holy shit, ey. Ich kann den überhaupt nicht lesen. Mein Gott, ey. Dieser Gaul. Okay. Ah, verrückt. Okay. Bit nice. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß jetzt natürlich nicht, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ne, nur eine gerundene Verwesung. Leider. Und die Kinder sind auch unterwegs. Schon wieder zwei Wege. Okay, Scalady Boy. Oh. Keine Mana. Ach, bin ich jetzt hier? Bin ich einfach nur anderen Weg gelaufen? Ja. Okay, verrückt. Moment. Hey, hallo. Das heißt, gegen den Schleim habe ich schon gekämpft? Da kann man einfach herkommen. Oh. Okay, es gibt einfach zwei Wege hier lang. Okay, ich dachte, das geht jetzt noch irgendwo anders komplett hin. Aber dann habe ich dieses Gebiet hier wahrscheinlich jetzt abgeschlossen. Dann können wir auch einfach wieder gehen. Sondern wir haben einen recht großen Boss hier besiegt. Der hat sogar ein Echo gegeben. Also das klingt auch offiziell nach dem Ende hier von dem Dungeon und dem Gebiet. Ist okay. Sehr cool. Mega nice. Und ich habe die letzte Folge sogar auf den Spuren von St. Trina benannt. Und ich dachte einfach nur, ja, okay, wir haben halt die Spuren von St. Trina. Also ich habe auch gehofft, dass wir St. Trina treffen. Aber jetzt, als ich den Boss gesehen habe, dachte ich so, ja, okay, halt nicht. Aber es gab so viel Lore zu St. Trina. Passt ja trotzdem. Und jetzt ist sie wirklich da gewesen. Einfach verrückt. So, dann gehen wir hierhin zurück. Und gehen jetzt am Strand vorbei und gucken mal, ob wir da hoch können. Ich gehe jetzt aber wieder von dem Heiligkram runter. Erstmal die Blumen geladen. So, also ich habe auch noch nicht eure Kommentare von der letzten Folge gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwo schon was verpasst habe. Ein Dungeon oder so. Sonst würde ich den jetzt nachholen. Aber das weiß ich alles jetzt noch nicht. Das werde ich dann zur nächsten Folge wissen. Äh, einmal... Das Ding hier. Und dann wieder fertig. Nee. Nicht. Zwei Hände nehmen. So, ich markiere mir das hier hinten mal. Wenn ich das, glaube ich, nicht unbedingt brauche. Ich meine, man kann sich hier ganz gut orientieren. Da kann man runter. Frage, will ich das? Man kommt hier auf jeden Fall zum Strand. Oder ist das sogar der Weg, den wir... ...gegangen sind? Nee, eigentlich nicht. Wir sind durch diese Schlucht gelaufen. Hier sehe ich jetzt auch nicht irgendwie ein besonderes Item für mich. Hier sind wir durchgelaufen, glaube ich, beim ersten Mal. Das ist tief. Oah. Nee, hier sind wir nicht durchgelaufen. Jetzt sind wir schon hier. Nur für den Fall. Ich möchte mich irgendwie runterkicken. Ich möchte aber auch dran vorbeireiten. Aber falls jetzt irgendwie die Hände mich irgendwie angreifen sollten und so, dann habe ich lieber meine Flammen schon am Start. So, haben wir euch da geguckt. Da könnte man sich nämlich auch wohl ein Dungeon verstecken für dich. Ja, wie handeln wir das jetzt mit Sanktrina? Ich glaube, ich möchte jetzt noch keine Infos dazu haben. Also, was man da tun soll oder tun kann. Obwohl, ihr dürft mir gerne reinschreiben, ob ich jetzt schon was tun kann. Oder ob das später erst eine Sache sein wird. Falls ihr das wisst, überhaupt. Dann dürft ihr mir gerne Sachen sagen, ob ich rein theoretisch jetzt schon da was mehr tun könnte. Dann würde ich nämlich vielleicht noch mal ein paar Sachen ausprobieren oder mir Gedanken machen. Was man denn so tun könnte. Ob ich mich einschläfern müsste oder so neben ihr. Also, solche Gedanken kamen mir vorhin schon mal. Davorstanden. Okay, jetzt. Also, hier geht's hoch. Ich möchte mal ganz kurz. Oh, scheiße. Nimm bitte nicht so tief. Ich möchte ganz kurz nochmal den Strand komplett ablaufen. Auch da gucken. Das ist schon mal eine Gravata-Linie. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, hier müsste mich irgendwas angreifen. Das ist so groß alles. Hier kann man auch lang. Hier sind die Finger. Oh, hier ist ein Side of Grace. Okay, wir können hoch und hier hin. Finger Ruinen von Ria. Hier hieß es nochmal die Tänzerin. Rana oder so. Das ist leider vergessen. Ja, Rana. Nice. Habe ich nicht vergessen. Habe ich nicht genau gewusst. Moment. Haben die, haben die, haben die die Fingerabdrücke des Wahnsinns? Das sieht so aus. Das ist, also, das, ähm, hat dieselbe Struktur. So ein bisschen wie Weix Rüstung und die Finger werden die einen berühren und so. Ja, es sind überall so Fingerabdrücke drauf. Also, hier geht der Wahnsinn ab. Okay, gehe ich da jetzt hoch oder runter? Ich glaube, ich gehe jetzt gleich hier runter. Aber nochmal ganz kurz zurück. Der Vollständigkeit habe, möchte ich nochmal eben in der Ecke da gucken. Obwohl ich nicht hier noch irgendwas verpasst habe. Nicht, dass hier noch was liegt. Am Eingang ist. Mann, hier sind so viele Gräber. Immer, ich erwarte irgendwie immer einen Gegenstand. Aber hier ist einfach nichts. Aber ich dachte kurz, ich habe einen Drachen erkannt. Aber das ist einfach nur ein Holzstamm. Und eine Küstenhöhle oder so. Nein, da nicht. Schade. Aber wir haben hier was. Kattenreich. Oh. Eine Hand. Die hätte mich überraschen können, hat es aber verkackt. Okay, das heißt, wenn man von hier aus kommt, dann überrascht die einen. Da ist noch eine. Aber ich ignoriere die einfach. Dann lass uns doch mal hingehen. Also ich glaube, es geht da hoch. Also es sah sehr danach aus, als würde es da hochgehen. Oder da oben ist nur ein Eingang in einen Dungeon oder so. Aber mich interessieren jetzt diese Finger hier noch. Aber ich weiß jetzt nicht, wie weit ich noch machen kann. Wahrscheinlich nicht mehr so allzu lang. Aber zumindest mal einen Sneak Peek da rein. Ich denke, das sieht recht groß aus. Aber es sieht auch tatsächlich sehr leer aus. Also natürlich sind hier noch mehr kleine Hände und so. Ja, war klar. Mach mir schon mal die Flamme da drauf. Den hier von mir aus auch. Solange es kleine Hände sind, ist ja eigentlich egal. Aber bei den großen und die werden wahrscheinlich nicht weit sein. Auch wild. So viele kleine Hände mal weg zum Metzeln. Nur gucken, nicht anfassen, Leute. Da ist schon mal eine große Hand, glaube ich. Aber sind das einfach nur Felsen? Warte mal, wie hieß das jetzt hier? Finger Ruinen. Ja, ist auf jeden Fall recht stark. Höh. Was bist du denn? Ist ja widerlich. So ein Wurm. Das Feuer hält leider nicht so lange. Ich weiß, ich muss mich hier nur wieder mal nachbuffen. Ich möchte ganz gern erstmal den da hinten besiegen, aber... Ah. Bin da nicht aggroviert, dann geht's, ja. Warte. Also drei Stecker, passt. Ganz gut. Wäre so geil, wenn wir jetzt irgendwie so zwei Finger als Boss bekommen würden, ne? Wäre das so nice, wenn man gar mal gegen solche kämpfen würde. Schade. Kann die aggro bekommen. Aber so ist auch gut. Was ist das? Ein Altar? Erinnert mich direkt irgendwie... An... An... Ich weiß nicht warum, an Goldmask. Reste untersuchen. Oh. Achso. Und hier kann man die Dinger dann duplizieren, oder was? Das geht in unserer Welt wahrscheinlich gar nicht. Das ist ein Ort, wo man die Echos duplizieren kann. Okay. Äh, das... Ja, stimmt. Genau das Teil ist auch in den Mausoleen drin. Genau so. Da hab ich mich nämlich auch schon mal gefragt, warum die da keinen Kopf mehr haben. Crazy. So eine Teerwüste irgendwie. Also irgendwie sieht das so Teer-ähnlich aus. Warum solche diese Blasen da unten? Aber ich glaube, das sind auch nur Finger. Warum ist da so ein Finger drumherum gekräuselt? Ist das alles verrückt? Okay, dann werde ich mir den hier mal markieren als... Ja. Frage. Das hier. Schatz. Machen wir mal das Banner. Ich glaube, keine Ahnung. Gibt das jetzt für kein gutes Icon. Aber ich mach mal das. Da oben ist der Drache. Aufgespießt. Wahrscheinlich vom Mesmer. Da sind noch mehr diese wurmartigen Dinger. Was machen die so? Das hier zaubert irgendwie ähnlich. Also so eismäßig würde ich sagen. Lange Arme. Hinten solche Beine. Ich denke mal, das sind auch irgendwie Dinge von Mesmer. Weil die so Schlangen mäßig sind. Und da hinten ist das ein Eingang irgendwo hin. So riesige Steinplatten. Also irgendwie so... So Gräber. Grabsteine. Gott, ist das alles tief? Oder sieht das nur so aus? Das kann ja eigentlich nicht so tief gewesen sein. Hier auch über diese komischen Dinger, die hier rausgucken. Eier. Gefühlt. Na? Steineier. Ja. Verrückt. Aber kaum Gegner. Irgendwie. Da geht es, glaube ich, hin. Aber auch nicht. Da sieht nach einer Höhle aus. Das ist ein interessanter Zauber irgendwie. Was ist das denn da? Das ist irgendwas. Das ist eine Blume. Das sind Finger zum Einsammeln. Ein Fingerling. Okay. Hellrosenfarbener Pilz. Der einem krummen Finger ähnelt. Einem. Also ich glaube, da sehe ich ein paar mehr. Findet man immer seltener. Wird von denen genutzt, die Finger werden wollen. What? Um Halluzinationen auszulösen. Man nennt diese Pilze die Todgeburt der zwei Finger. Todgeburten. Die zwei Finger. Was zur Hölle, Alter? Wird von denen genutzt, die Finger werden wollen, um Halluzinationen auszulösen. Und was willst du werden, wenn du groß bist? Ich will gern ein Finger werden. Oder mehrere. Zwei oder mehr. Keine Ahnung. Und dann werde ich Halluzinationen auslösen. Und du so? Ich werde Feuerwehrmann. Nagelstein. Okay. Wir haben Finger, Pilze und Nagelsteine. Was zur Hölle? Ist das eklig. Flockenartiger Steinsplitter mit verwachstem Fingerabdruck. In den Fingerruinen zu finden. Ein Stück, das sich von der Spitze eines säulenartigen Finger gelöst hat, die in den Fingerruinen wachsen. Wachsen aber hier. Also sie fallen davon ab und wachsen darauf dann. Okay. Steine. Das wären natürlich Mineralien. Ganz schön verrückt und mystisch, dieser Ort. Also ich glaube, bisher wirkt das eher so, als wäre das hier Lore wichtig, als weniger Gameplay-technisch wichtig irgendwie. Aber das hier sieht nach einem Weg aus. Ich glaube, da geht es weg von diesem Ort. Zumindest jetzt erstmal scheint es so. Weil hier kommen jetzt wieder blaue Blumen. Hätte ich hier schon hinkommen können. Ah, wir sind jetzt... Hier, obwohl doch. Wahrscheinlich hätte ich von... Nee, warte mal. Wo kam ich her? Da. Warte mal, hier drunter her? Sieht ja so aus. Oh, da bin ich nie lang gegangen. Das ist so riesig einfach. Ich glaube, ich werde jetzt gleich hier einfach mal einen Cut setzen müssen. Aufhören. Ich würde gerne mal in die Mitte da. Vielleicht machen wir das einfach noch. Äh, hier geht es ja irgendwie noch weiter. Ich mache hier mal das Mannequin hin. Den Weg ist. Und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen näher in die Mitte da reiten. Es juckt mich dann doch jetzt. Es juckt mir in den Fingern, wenn ich so möchte. Einmal kurz in die Ruin da zu reiten. Also in die Mitte. Und hier, das meine ich. Das hatten wir auf der anderen Seite nämlich auch schon. Da ist irgendwie so ein Finger um den anderen Finger gewickelt. Ja, aber der liegt einfach nur, ne? So ist das. Ich erwarte da, da wird jetzt eigentlich irgendwie ein Boss. Das wirkt auch so trostlos irgendwie auf seine Art und Weise. Vielleicht ist ja hier eher so ein Nachtboss mal anzutreffen. Nacht haben wir ja gerade nicht, aber wir hätten bald Nacht. Da, ne, das ist auch wieder so ein Schlangenviech. Hier kann ich aber was beschwören. Ah, das sieht schon mal nach einem Boss aus. Und der Platz reicht dann auch. Der da? Ist das ein Boss sogar? Ne. Ich dachte, weil der so einsam da in der Wallachai steht, ist da vielleicht sogar einer. Besonderer. Oh, der ist größer, oder? Die haben auch ein bisschen... Ne, die sind auch gleich groß. Die haben ein bisschen was Fisch-ähnliches. Und da muss ich direkt wieder an Godwin denken. Der als Toter so zu einem halben Fisch wurde irgendwie. So Lovecraft-esk. Ja, davon sind hier recht viele. So, ich reite jetzt mal in die Mitte. Oh, da ist eine Glocke. Oder so. Ne, weiß ich jetzt auch nicht. Sah kurz aus wie so eine Glocke. Aber ne, das ist keine Glocke. Aber das ist irgendwie eben... Ja, so ein Stein... ...mit Löchern drin. Was zur Hölle ist das? Irgendwas Wichtiges. Auch so eine Art Finger oder so. Was bist du? Okay, angreifen kann ich dich nicht. Interagieren kann ich auch nicht mit dir. Ich kann hier halt was beschwören. Vielleicht muss ich was beschwören. Was könnte ich denn beschwören? Haben wir irgendwas Neues bekommen? Irgendeinen... Also den haben wir neu. Der ist neu, aber... ...nichts Besonderes. Halbmenschen. Yoda. Was ist der Mausoleumsoldat? Ne. Wir haben halt jetzt nicht so wirklich was Besonderes. So wie Aurelia oder so. Wo man denkt so, yo. Aber es wirkt so, als müsste ich hier was beschwören. Vielleicht kann ich irgendwo eine Beschwörung bekommen, womit ich Finger rufe. Und die muss ich dann hier beschwören. Also das würde zumindest passen. Aber ansonsten... Ich habe keine Beschwörung, glaube ich, die hier passt. Aber es wirkt so. Also man kann halt da... In der Nähe kann man halt was beschwören. Also... Ich glaube, man muss da was beschwören. Die sind einfach so Mauern. Was zur Hölle ist dieser Ort? So weird. Dadurch, dass hier jetzt auch kein Boss oder so ist. Und kaum ein Gegner. Also bisher sehe ich jetzt auch noch kein Dungeon. Aber ich denke, hier ist wohl noch einer. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Vielleicht hier lang. Na, da ist nochmal so ein Typ. Juck mich jetzt aber ehrlich gesagt weniger. Ich gucke gleich nochmal auf der Karte, ob man da irgendwas erkennt. Wie ein Eingang oder so. Oh, Tag. Mann, ich kann ihn nicht avisieren. Kein Feuer drin, aber egal. Passt schon. Gehen wir auch so hin. Ja, ich komme nicht zum Ende. Ich weiß. Fühlt sich alles gerade doof an, hier jetzt mittendrin aufzuhören. Das kann man halt... Hier ist eine Farmstätte für Nagelsteine. Diese ganzen Funken in der Luft. Bin ich hier gerade? In diesem äußeren Wall. Okay, und hier war diese Mauer. Fingerruin von Ria. Ja, aber hier muss doch jetzt was kommen, oder? Zu meiner Hand. Nicht so gegen kämpfen, ehrlich gesagt. Verrückter Scheiß hier. Jetzt bin ich einfach wieder draußen. Äh? Okay, das muss keiner verstehen hier, oder? Würde es aber gern verstehen. Zumindest mal irgendwie ein Item hier finden. So ein besonderes irgendwie. Irgendwas fehlt hier. Ich glaube, ich muss mich hier nochmal umschauen. Aber dann halt im Cut. Vielleicht mache ich das dann einfach am Anfang der nächsten Folge. Mache ich hier einen Cut. Und dann schaue ich mich jetzt nochmal zwischen den beiden Folgen um. Ähm, und... Beziehungsweise am Anfang der nächsten Folge. Aber cutte euch dann erst rein. Sobald hier irgendwie was ist. Sobald hier irgendwie Item, Boss oder was weiß ich finde. Aber irgendwie... Muss es hier doch noch was geben. Egal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und hier ist sie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020